Mit dem heutigen Tage sind alle Pläne des Kolumbus, dieses heimatlosen Abenteuers von niedriger Geburt, zusammengebrochen. Nach jahrelangen Bemühungen in den Amtsstuben ist es ihm geglückt, vom König empfangen zu werden. Der König hat ihn abgewiesen. Dieser Mann wurde abgewiesen vom Rat der Stadt Genua. Er wurde abgewiesen vom König von Portugal. Es haben ihn abgewiesen die Regierungen von Frankreich und England. Und doch konnte niemand und nichts seine Sicherheit erschüttern, dass er vorbestimmt sei, den Seeweg nach Indien aufzufinden. Die Sicherheit des Gemüts wird ihm nichts nützen. Es fehlen ihm die gründlichen Kenntnisse der geografischen Wissenschaften. Er ist von der Weisheit der Propheten erfüllt. Seine Weisheit ist Matrosengeschwätz, das in den Kneipen der Seehäfen aufgelesen hat. Er ist ein Unglücklicher, dem die Leidenschaft seiner verwirrten Fantasie die Haare vorzeitig gebleicht hat. Ein Glücklicher, dem die Erleuchtung des Geistes zur Richtschnur des Handelns geworden ist. Seine Laufbahn am Königlichen Hof ist beendet. Der König hat ihn sehr ungnädig abgewiesen. Seine Laufbahn am Königlichen Hof beginnt. Die Königin wird ihn auf Betreiben ihres Beichtvaters sehr gnädig empfangen.